Video läuft. Ok, läuft auch. So, ich nehme euch jetzt mit Stimmen auf. Auf jeden Fall, sonst wenn ihr es nicht wollt, dann nehme ich den Ton nur von euren Videos. Bei uns nehme ich jetzt alles auf. Audio ist egal. So, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir mal zur Constellation Landepad A10. Ok. Und ich schalte jetzt schon den Limiter ein. Jetzt schon? Ok. Ja. So, ich... Nein, ich zeige das mal. Nein, noch ist noch nicht an. Ich zeige das auch in einem Video. Zack, zack. Mach ich das an. Ja, kommst du noch in die Luftschleuse oder bist du schon? Ne, geh schon mal. Geh schon mal. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt... Oder... Ich nehme eine andere Luftschleuse. Und ich gehe jetzt nicht in die Luftschleuse. Ich glitch doch mal durch, wenn es geht. So, wir haben hier gerade einen Typen bei mir an der Conny. Der kann die Conny nicht aufmachen, weil ich es noch nicht aufgemacht habe. Wir müssen mal sehen, ob der mit an Bord bei uns kommt. Äh, ok. Ok. So, warte. Ich bin da mit Absicht nicht normal durch die Luftschleuse gegangen. Ich bin das mit Absicht mal da durchgeglitscht. So, und du hast den Leg Switch schon an. Der Leg Switch ist an. Also, ich habe jetzt mit dem Netlimiter, habe ich jetzt den Download auf 1 Kilo pro Sekunde limitiert. Wunderbar. Ich öffne jetzt für uns die Tür. Ja. Ja. Also, bei mir steht hier eine Person unten drunter. Euch sehe ich gar nicht. Ich sehe diese andere Person, diesen Estuzi. Ist natürlich gut, wenn einer sich italienisch wortlaut Entschuldigung nennt als Name. Ist natürlich auch in Ordnung. Äh... Ja, ich sehe die Korn nicht, aber ich sehe von euch keinen. Ich sehe diesen Estuzi vorher vor dem Schiff stehen. Ich sehe aber sonst niemanden. So, du wächst jetzt in den Pilotensessel. Wunderbar. Ja. Ok. Ah, ich dachte, du warst so schneller. Das war genau mein Plan. Bis gut. Ich fliege mal. Enjoy the ride. System check. So, wir fliegen jetzt am besten mal zu, äh, zu, äh, wo wir uns gegenseitig umliegen können. Integrity Post, oder? SSC Pro. Ja, reicht hier auch. Nein. Nein, nein, nein. Macht ihr aber... Ich komme jetzt in eure Kondi sowieso nicht rein, auf diese Art und Weise. Ne, gut. Dann würde ich sagen, kannst du dir ein Schiff organisieren? Ne, es reicht, wenn ihr euch, äh, tötet jetzt da. Fliegt ihr weg und tötet euch... Ok, dann ballern wir uns gegenseitig ab. Ja. Und dann, das ist was, was wir jetzt brauchen. Ihr müsst jetzt sterben. Gut, ich schreib mal kurz in den Chat, dass wir hier gerade einen Test machen. Nicht, dass der Typ sich wundert, warum wir hier plötzlich ein FPS-Gefecht machen. Ja. Aha, man kann durch die Turrets in die Kondi glitschen. Das war schon, dass du gerade in der Kone hier drin, oder? Nein. Bist du gerade da drin, in der Kone? Ich bin, äh, oben rum durch die Turret rein und bin durchgefallen bis unten hin. Ok. Ah, bei mir steht Ritter, Sport, Space. Vollmilch, Trauben, Nuss, mit Keks und Schokolade. Steht hier unten gerade vor der Kone. Und mit dem anderen Typen. Der rennt jetzt hier rum. Achso, jetzt, jetzt habe ich... Achtung, jetzt habe ich die Funktion, wo vermutlich er gesagt hat, ich mache jetzt die Kone für uns auf. Und der Drake rutscht dir doch um den Arsch rum. Ja, wir sind gerade übrigens in Quantum Travel gewesen und dann bist du in der Luft erschienen und in deinen Turm rein. Ja. Du kannst... Du kannst das Video übrigens gleich deinem Bruder mal vorspielen, dann hört er sich im Hintergrund mal schön brüllen. Genau. So, ok, Drake, dann stehen wir auf den Sessel auf, dann ziehen wir mal die Kanonen und lehnen uns gegen... Oder am besten ist Mario, schieß dich, hol oder umgekehrt. Legt oder Mario legt mich erstmal rum, ich brauche ja nicht, ich meine, einer muss ja überliegen von euch. Ähm, Ritter, Sport, Space töte ich jetzt mal, ok. Ja. Zieh wenigstens in der Waffe, dass er so ganz assig aussieht. Ja. Dann wahrscheinlich wie erst sieht man hier. Also ich bin... Ich bin noch, äh, Port Olisar und, äh, ihr steht immer noch mit der Conny auf Port Olisar. Äh, äh, der Drake... Der Drake rutscht dir auf den Arsch rum, jetzt ist er verschwunden. Zack. Jetzt seid ihr alle verschwunden. Der, 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 der andere Typ ist auch verschwunden. Alle sind weg. Achso. Die Conny ist aber immer noch hier. Gut, wer ist jetzt als nächster von euch gestorben? Ich bin gerade gestorben. Ich bin gerade gestorben. Sehr schön. Also ich bin jetzt gespawnt auf Port Olisar. Ich denke mal wieder bei A. Und bin unsichtbar. Und schau mal, ob ich den Raum verlassen kann. Natürlich bist du unsichtbar. Natürlich seid ihr unsichtbar. Äh, Unsichtbarkeit kann ich soweit beschädigen. Ja, siehste, ihr drei seid unsichtbar. So, jetzt versucht mal euch umzubringen und versucht mal wieder sichtbar zu werden. Womit auch immer. Ja, und das Interesse ist noch daran, Drake, kannst du dich irgendwie auch töten? Ist doch scheißegal wie. Macht euch, versucht euch umzubringen. Macht das irgendwie. Was kommt denn im Deutsch? Drake, kannst du vielleicht den Typen provozieren, dass der dich auch tötet, damit wir alle drei jetzt tot sind? Wir sind alle tot. Ja, prima. Also, ähm, ich kann schon mal bestätigen, die normale Selbstmethode funktioniert nicht. Gut, jetzt möchte ich das, ihr seid alle in der Kabine und keiner von euch kann die Tür aufmachen. Und seid alle unsichtbar, ist das richtig? Alle sind unsichtbar, genau. Gut. Kann einer von euch den Schrank öffnen? Äh, hab ich noch nicht getestet, kann ich jetzt nicht probieren. Also, durch die Tür komme ich. Durch die Tür komme ich. Ich wiederhole dann nochmal. Für mich steht, steht eure Constellation steht für mich immer noch hier auf Port Olisar. Naja, das ist aber auch unerlich, weil du so stark trosselst. Ich habe jetzt gerade wieder ein Seufel geführt. Ja. Und jetzt haben wir, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr werdet wieder sichtbar. Ja, versuch ich es. Okay, ich bin dabei. Ich sterbe gerade in der Luftschleuse. Ertrennt, maybe? Nein, du wieder. Wird immer noch unsichtbar, kann nicht sterben. Boah, wie cool das immer aussieht. Um wieder sichtbar zu werden. Also, keine Chance bei mir. So. Wie sieht es bei den anderen aus? 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 Auch wenn das nichts bringt. Probiert alle mal die Luftschleuse. Alle mal die Luftschleuse und selbst mal probieren. Third Person, erster Perspektive, keine Chance. Geht nicht. Keine Chance. Ja. Jetzt, das musst du dir mal vorstellen. Das heißt, ich halte gerade die ganze Instanz am Kacken. Im Klartext. Ja. Ja. Ich lege gerade die ganze Instanz lahm. Ja. Ja, aber wie gesagt, das wird noch viel krasser. Weil besonders machen wir... Ich muss jetzt mal gucken, hoffe ich habe jetzt keinen Crash hier. Okay, ich steppe jetzt nochmal in die Luftschleuse. Und danach... Ich habe jetzt in den ersten Togen in die Luftschleuse... Ja! Ja. Okay, ich spawne dann auch wieder. Ja. 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 Ich würde sagen... Ja. Ich mache das. Ja. Ähm... Also... Ich gehe jetzt nochmal zum dritten Mal. Tja, geh zum zweiten Mal. Warte mal, ich sehe den Namen sogar. Nein. Warte mal. Komm mal. Bleib mal da stehen, okay, das ist ehrlich. Okay, jetzt mischen wir den Knopf. Jetzt ist hier gerade, für mich ist jetzt hier gerade eine Freelancer gespawnt, unter der Conny. Die ist jetzt, und jetzt steckt die Freelancer, steckt gerade kopfüber im Landingpad und verknotet sich gerade mit der Conny und die kopulieren hier gerade. Okay. Was soll denn dabei rauskommen, sag mal? Ich bin der Klage. Ne, ne, ne Conny Lanzer? Du bist sichtbar. Ja, wieder sichtbar. Wow. Dort schaust du die Limiter jetzt an, noch immer an? Ne, weil hier auf einem anderen, weil auf unserem Pad jetzt hier was gespawnt ist, hier ist was passiert und deswegen ist irgendwas zurückgesetzt worden. Nein, der Limiter ist noch aus. Damit ist der Test von wer auch immer eine Freelancer gespawnt hat, auf unserem Pad ist der Test zerstört worden. Du meinst, der Limiter ist noch an bei dir, sorry. Nein, du musst es ja so denken. Und wir werden... Nein, du musst es ja noch mal sehen. Er muss erst das gedownloadet haben, dass wir tot sind, bevor wir uns wieder selber sehen können. Okay, also ich zum Beispiel bin gerade durch die Wand geglitscht, aus der Kabine raus und schweb jetzt hier, dreh mich um die eigene Achse und kann nichts mehr machen. Ja, Deutsch, dann würde ich sagen, dann kannst du jetzt mal den Limiter mal ausschalten. Okay. Was für das sieht mich doch? Ja, ich sehe dich so, du hast keinen Kopf. Stimmt, jetzt machen wir die Perspektivenwechsel. Mach mal den Perspektivenwechsel. Hast du gemacht, Drag? Den Kopf siehst du wieder? Ich auch nicht. Der Kopf ist bei mir auch genauso weg. So, Drag, wir machen jetzt mal den Limiter mal aus Spaß aus, ob ich die Steuerung wieder zurückgewinne. Ja, wieso? Geht doch alles wieder, oder? Also ich bin nach wie vor gefangen hier und drehe mich um die eigene Achse. Tja. Okay, dann... Ich habe gerade mein T-Shirt verloren. Kann das sein? Siehst du das bei mir auch? Ach, Achtung. Ah! Ich habe meine Schuhe, das stimmt. Ich habe gerade mein T-Shirt und meine Schuhe verloren durch die Aktion hier. Ich mache den Limiter jetzt aus. Okay. Ist er aus? Limiter ist aus. Okay, jetzt würde ich sagen, auf drei einfach mal alle respawnen. Also auch Dodge. Also ich kann nicht respawnen, weil mir ist jetzt, wie gesagt, ich klebe hier. Ich bin unsichtbar und kann mich nicht töten. Ähm, kannst du... Okay, dann respawnen wir mal Drake und enter. Okay, äh, ich bin jetzt gespawnt. Warte mal. Ich bin jetzt gespawnt, allerdings fliege ich, also ich bin jetzt in einer Constellation gespawnt, wo sie auch immer im Weltall rumfliegt und bin in dem Turret wach geworden und fliege jetzt, ich stehe oberhalb der Conny im Weltall irgendwo in der Nähe von der ICC-Probe, weil ich höre sie gerade labern, und fliege oberhalb der Conny rum. Ich habe das aufgezeichnet, das musst du dir angucken, das hat noch keiner nicht gesehen. Okay, ähm, warte mal, jetzt, also keine Stopp, die Aufnahme, ich, Aliada, respawn mal kurz, der kann. Guck mal, hast du? Gut, warte mal. Bist du jetzt wieder normal? Kann das sein? Also ich bin jetzt auf... Ich habe meine Schuhe wieder... Ich habe jetzt seinen Kopf wieder, ich habe meine Schuhe wieder und er seine Kleidung, ja. Alles gut, ne? Alles wieder normal. Okay, dann würde ich... Ich gebe wieder einen Counter und dann werden wir die Aufnahme jetzt abspeichern, in jeder Bereich. Nee, noch nicht. Einmal nochmal Selbstmord machen, bitte, alle drei. Haben wir jetzt schon. Einmal noch, das Geduld ist gerade auch gemacht. Ja, wir haben gerade Selbstmord gemacht. Ja, trotzdem nochmal, bitte. Macht noch einmal. Okay, eins, zwei, drei, ist Selbstmord. Was? Ich kann... Ich kann keinen machen. Kann ich jetzt machen? Also ich kann mich nicht umbringen. Also ich kann mich nicht umbringen. Ich kann mich nicht umbringen. Keine Chance. Hier geht nichts mehr. Ich habe gerade... respawnt, komplett in Ordnung. Okay, ja. Wie sieht hier aus? Alles in Ordnung wieder? Alles normal? Ich habe den... Ich habe den Mauspointer im Spiel und kann den nicht wegmachen. Ähm, okay. Ich würde sagen, ich gebe wieder das Kommando und dann einfach mal abspeichern, vorsichtshalber. Alle bereit sind, abspeichern? Zwei, eins, los.